von janz alleine ernst ich muss hier bei meinem glück springe ich daneben ich mache geräusche wie geht es runter als wenn er nicht loslassen soll dann tut das ich sehe mich gerade nicht so und jetzt achte lang ok das üben mich noch mal ein bisschen ach Menno der oh warte mal warte mal siehste jetzt hätte ich dich beinahe da gelassen wäre ja noch schlimmer gewesen ok ich stimme öfter auf dieses alte klavier normalerweise wird es nach längerer zeit verstimmt aber dieses mal ist es über nacht passiert zu video diese goldene münze war schuld sie hatte sich in den seiten verheddert ich wollte sie herausziehen dann steckte ich selbst fest danke dass du mich befreit hast wir haben ein artefakt keine sorge ich weiß wo es landet lang geht die goldene münze kannst du haben vielleicht weißt du wozu die gut ist ok ok töchterchen gefunden intakte eins von drei also müssen hier noch noch mehr versteckt sein oh warte oh wie cool dieses spiel einfach nur ist oder guck mal muddi ich habe dein töchterlein zurückgebracht danke nochmal du hast meine melodie gerettet danke diese alten mechanischen geräte sind eine echte gefahr für die öffentlichkeit wenigstens kann ich das klavier jetzt öffnen hier kannst du eröffnen eine bunte speise karte so wie kommen wir jetzt dort hin über den sessel oder unten rum warte mal natürlich fallen wir da runter war ja klar ich weiß nicht wie man eine doppelte blase macht echt nicht ok 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 machen wir es einfach so was für eine schlepperei von ambrose bis hierher wie hieß die kunde nochmal solaria eine schildwanze wenn ich mich recht entsinne an einem tag sind sie in pandemones am nächsten in balnea sie finden irgendwelche dinge aber immer noch kein adven und wir rennen wie die blöden überall umher vielleicht sind sie inzwischen wieder abgereist jetzt hör auf sie sind doch da drüben sie gehören zu einer gruppe das wird gutes trinkgeld geben das will ich hoffen bei dem wenigen was wir ein loben bekommen so ok jetzt hören wir das lied aber was beweist das schon diese art wenn es trotzdem nirgends zu sehen die wahrheit ist nirgendwo da draußen so können wir jetzt hier ich hab gedacht man könnte vielleicht hier so die ranke oder so hoch aber wir müssen über den sessel darüber oder geht das ja über den sessel über den sessel lass mich in ruhe keine zeit muss die welt retten einfach mal die welt retten gott also hier waren wir noch nie kann ich euch bestätigen nein eui 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 oh Ich sollte Kummer gewohnt sein. Wir haben schon mehr als... Oh, wir haben schon mehr als tausend. Warum? Warum? So. Oh. Natürlich muss ich vom Bücherstapel zu Bücherstapel springen. Das ist ja auch... Natürlich geht das nicht anders. Ah, wie gut, dass ich da runter bin, ne? Jetzt hätte ich die nämlich übersehen. Ba, 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 ba. Das geht nicht. Da hätten wir da oben aufstehen. Oh, warte mal. Kommt man denn da hoch? Wie kommt man da hoch? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich hasse mein Lieben. Kann ich den abschießen? Nein, aber... Warte mal. Kann ich das von hier abschießen? Ich muss da hinten an das Seil. Aber... Wie kann ich denn hier von Buch zu Buch springen? Das geht nicht. Das ist doch ein Kackdreck. Es geht auf keinen Fall. Aber wie komme ich denn da hoch? Kommt das große Krabbeln. Nein, ich hasse das große Krabbeln. Klappe. Ich bin frustriert. Aber wie soll ich denn da... Ich muss da hochklettern. Ich muss von Buch zu Buch springen. Aber... Ich kann da nicht hinschießen. Hä? Von Buch zu Buch springen geht? Hast du gemacht, Guru? Warum sagst du denn nicht, dass das geht, Guru? Hättest du doch gleich sagen können, Guru, dass das geht. Er hasst mich. Was? Was ist mit deinem Papa? Papa, meinst du, der alte Mann im Museum kann mir beibringen, wie man liest? Bücher? Unmöglich, Schatz. Klapper weiß nur, was bestimmte Symbole bedeuten, weil er sie oft gehört hat. Außerdem ist er ein schrulliger Kerl. Und Rosetta? Ähm, ich will ja nicht gemein sein. Aber sie kommt nicht mal mit den wenigen Symbolen auf die Maschine von Tetzlar und Eudesen klar. Aber vielleicht sind Bücher ja total wichtig. Du kannst es gern versuchen, aber du solltest auch mal an die frische Luft gehen. Sonst mach dich diese ganze Leserei noch ganz dumm. Weil du mich ärgern willst. Okay. Aber nur, weil du heute Geburtstag hast. Lieber Guru, nur, weil du Geburtstag hast. Bitte nicht runterfallen. Ägypten? Ägypten? Also, als erstes erstmal machen wir hier diesen hier, ne? Ui, 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 her vom Böde fällt. So. Was sagst du mir? Diese Statue ist fast ein Meisterwerk, aber etwas fehlt in ihr noch. Findest du nicht? Ich habe einen Riecher für die Kunst. Natürlich fehlt die Nase. Ich habe einen Riecher für die Kunst. Ach ne, ich muss die Nase finden. Oh Gott. Ich muss die Nase finden. Na, auch das noch. So. Sehr schön. Dann bleibt mir das schon mal erspart. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Boah, boah, boah. Nee, oder? Nee. Nee, 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 nee. Das habe ich gewusst. Ja, buddy. Ich wusste, dass die Dinge nicht gehen. Was? Danni, schlaf gut und schönes Wochenende. Dir? Ist am Sonntag was? Nein, ähm, außer bescheidenes Wetter. Außer bescheidenes Wetter ist am Sonntag nix, tatsächlich. Oh, ich hasse es. Nein! Och, Mano! Quik, 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 quik. Quik, 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 quik. Also, mit wenig Skill kriegen wir auch dieses Spiel durchgespielt. Also, irgendwann mal. Nein! ach man was ist denn das finde doch es wird auch wieder frühstück frühstück streams geben ich habe nur momentan eine sehr turbulente zeit hinter mir schön springen nicht laufen nicht drüber laufen schön springen schön springen und ich hoffe dass jetzt einigermaßen normalität einen einkehrt und dass wir dann wieder alles so machen können wie wir das gerne haben hier ist noch eine etage höher ja tatsächlich oh ja guten tag kann ich sie retten so es sieht ja alles schon ein bisschen besser aus so ne bei dem fotografen müssten wir noch mal hin und das mit dem mit den blasen habe ich auch immer noch nicht mit dem doppelten blasen habe ich auch noch nicht rausgekriegt wie das geht ein licht das brennt hast du jetzt weihnachten verbrennt ja ja das habe ich schon lange verschlafen also das habe ich schon lange verschlafen so noch mal hier durch die nase gefunden ich habe die nase gefunden tada drücke er um die erweiterten realität an ar brille und ein und auszuschalten die ganze scheiße wieder hoch wo war denn das jetzt mit der hat da aber gott sei dank nicht so weit hoch ein schnatz gefunden eine nase mein lieber erfolg freigeschaltet wunderbar du bist also doch kein amateur das ist kunst höchste präzision oh mein gott foto 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 so seifbrett raus und los geht der klacks hier noch ein paar die 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 Oh, da müssen wir auch nochmal hoch! Aber wie schießen wir das ab? Geht das? Oh mein Gott! Natürlich! Müssen wir hier springen! Obst du die stehen da oben schon, weißt du? Muss da lang, oder? Muss da lang, ne? Oh Gott! Ich bin bei sowas echt kein Profi, ne? So überhaupt nicht! Ein Brief! Ein Brief! Ein Brief! So! Haben wir jetzt hier alles? Ja, ne? Inklusive Versteck und so weiter haben wir hier alles. Da drüben haben wir auch alles. Da haben wir sogar die Nase dran gesetzt. Dort ist noch ein bunter, den Dessel haben wir. Das Haus in der Mitte haben wir komplett... Oh, da fehlt uns ja noch ein Raum, den wir nicht gefunden haben, ne? Och doch, meine Herren! Stellst du dich einfach nur... Och, Mann! Das war doch nicht so tief, Mensch! Na, ein Brief fehlt noch? Nein! Och! Ein Brief fehlt noch, dann fehlt nachher noch da hinten die ganze Prozedur mit den Fotos. Das fehlt auch noch. Haben wir denn hier alles dicht? Da haben wir alles dicht, oder? Ich würde mal bei jedem Plump seinen kurzen Trinken legen. Boah! Ja, das Bild da hinten, diese Fotosache müssen wir... Genau! Boah, Hexzelle! Bei mir... Da... Nein! Oh! Hier! Nein! Mann! Oh, Hexzelle! Jetzt aber! Zeichnung? Zeichnung? Zeichnung... Was passiert eigentlich, wenn ich hier hinten runtergehe? Ohohoho! Ähm... Was passiert, wenn ich hier hinten runtergehe? Möchte ich das wissen? Ja, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich zu dem Schraubenzieher komme. Das ist auch immer noch so ne Sache. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Das Problem ist, dass ich runtergehe, ne? Also... Siehste? Wie komme ich denn an die zweite Blase? Na, Hexzelle ist schon ein Atapters! Scheiße! Ich weiß nicht, wer... Hat jemand ne Ahnung, wie ich da hinkomme? Neckflasche... Ja, hier sind Korken, aber, aber, aber... Nicht auf, aber... kann man den brief lesen vielleicht steht etwas hilfreiches drinnen die den brief muss ich eigentlich zum postamt bringen